Mein Name ist Kenan und wir sind hier im neuen McFeed Studio in Wien. Meine bevorzugten Muskeldruppen beim Training sind definitiv die Arme, also die Schulter und der Bizeps. Meine Lieblingsübungen sind auf jeden Fall das Schulterheben, das Seitheben von den Schultern und die typischen Bizeps Girls. Beim Schulterheben kommt es definitiv zuerst auf das Aufwärmen an, geraden Rücken, Gewicht steigern und einfach Vollgas. Beim seitenlichen Heben darf man tatsächlich nicht viel Gewicht verwenden, da die Verletzungsgefahr sehr groß ist. Bei den Curls gibt es keine Regeln, einfach so viel man kann, es heißt ja nicht umsonst, Curls for the Girls. Und wenn ich dich jetzt motivieren konnte, schreib mir auf Instagram und wir werden zusammen trainieren. schreib mir auf die Verletzungen im Körper. Vielen Dank.